Wir fangen an mit dem Thema, ja, und fragen erstmal, wie kriegt man das richtige Ergebnis? Und ich habe, kann ich sagen, in diesem Thema wirklich viel gelesen. Ich habe das Thema sozusagen hinter mir, denn ich war Christ gewesen. Und also, bevor ich den Islam angenommen habe, habe ich die Bibel komplett gelesen. Und das Neue Testament danach nochmal komplett gelesen. Den Koran dreimal komplett gelesen. Über Hinduismus, Buddhismus, Taoismus und so weiter, Konfuzialismus gelesen. Und ich habe mich damit beschäftigt, nach der Wahrheit gesucht. Und ich habe Bücher gelesen von Juden, die die Trinität verwerfen. Ich habe Bücher gelesen von Muslimen, die die Trinität verwerfen. Und ich habe Bücher gelesen von Leuten, die weder Muslim noch Christ sind, die die Trinität und Trinität bedeutet das Konzept. Der Vater ist Gott, der Sohn ist Gott, der Heilige Geist ist Gott. Und alle drei zusammen sind nur ein Gott. Das christliche Konzept. Hier. Die das verwerfen. Und ich habe diese Information aufgenommen. Meine Aufgabe ist es heute, in kurzer Zeit diese Meter oder Meilen Information zu komprimieren in einem Vortrag. Sodass jeder Laie, der hier sitzt, rausgehen kann und hat etwas mitgenommen und verstanden. Das ist das Ziel. Und möge der allmächliche Gott uns die Wahrheit zeigen. Es gibt drei Herangehensweisen. Es gibt einmal die historische Herangehensweise. Es gibt die philosophische Herangehensweise. Und es gibt die Herangehensweise, dass man die Textstellen untersucht, die herangeführt werden, um zu sagen, dass Jesus Gott sei. Laut Bibel. Die die Christen, die Katholiken, Protestanten vorbringen. Was die historische Herangehensweise angeht, so sehen wir, dass die Trinität ein Konzept ist, das im vierten Jahrhundert nach Christus seine endgültige Form angenommen hat. Auf dem Niceischen Konzil im Jahre 325. Christus wurde beschlossen, unter Druck von Kaiser Konstantin, dass Jesus Gott ist. Und was viele nicht wissen, ist, dass es zur damaligen Zeit zwei große Strömungen innerhalb der Kirche gab. Es gab einmal die athanasianische Strömung vom Bischof Athanasius und einmal die von Arius. Und erst im sechsten Jahrhundert hat sich praktisch endgültig diese athanasianische Schiene richtig durchgesetzt. Unter dem Einfluss von Kaisern, Heiden, der Römer. So seht ihr zum Beispiel heute, dass der Feiertag der Christen, der wöchentliche Feiertag, der Tag des Gottesdienstes, welcher Tag ist? Der Sonntag. Warum? Eigentlich bei den Juden ist es der Samstag. Warum wurde der Sonntag gewählt? Der Name Sonntag geht zurück auf die Anbetung des Sonnengottes. Jesus, der bei den Römern, wurde an diesem Tag der Sonne Gott angebetet. Deswegen haben wir auf Englisch Sunday und auf Deutsch Sonntag. Sunday, der Tag der Sonne. Weihnachten, das ist eines der größten christlichen Feste, geht zurück auf einen heidnischen Brauch. Jesus ist nicht im Winter geboren. Das heißt, hieran sieht man historisch, wie der Gesellschaft dieses System übergestülpt wurde. Und es gab große Kontroversen. Zunächst 325 nach Christus kam Jesus ins Spiel, als Gott, danach der Heilige Geist noch dazu und so weiter. Das ist historisch. Wir sagen, als Frage, und die historische Herangehensweise ist für mich nicht die endgültige Herangehensweise, sondern mir geht es hauptsächlich um die Textstelle. Ich will das nur kurz erwähnen. Wie kann es sein, wenn Gott sich offenbart in einem Buch, dass das Grundkonzept, nicht eine Kleinigkeit, nicht etwas, was weniger wichtig ist, sondern dass das Grundkonzept solche Kontroversen aufgeworfen hat. Das ist eine Frage. Aber für mich ist das nicht das endgültige Wort. Vielleicht sagt irgendein Christ, ja okay, es gab halt diese Meinungsverschiedenheiten. Aber es sollte zumindest ein unterstützender Beweis sein. Die nächste Herangehensweise ist die philosophische Herangehensweise. Und ich habe ein Buch gelesen, das heißt Iza Abul Haqq von Rahmatullah Khairanwi aus Indien. Das ist ein muslimischer Gelehrter, der zur damaligen Zeit, nachdem die Christen Indien kolonisiert haben und wollten dort die Menschen zum Christentum rufen, zu diesem Zeitpunkt hat er Auseinandersetzungen gehabt mit den Missionaren und hat mit ihnen diskutiert. Und er hat sie besiegt. Und er ist übrigens der Vorreiter von Ahmedidat. Wie, wer kennt die Ahmedidat? Kennen sehr viele. Er ist sozusagen der Lehrer von Ahmedidat. Weil Ahmedidat hat seine Bücher gelesen. Und ich habe das gelesen und ich habe gesehen, dass er mit sehr vielen philosophischen Argumenten kam. Und ich muss ganz ehrlich sagen, meiner Meinung nach finde ich diese Argumente nicht so stark. Zum Beispiel das Argument 1 plus 1 plus 1 sind 3 und niemals 1. Wie kann der Vater Gott sein, der Sohn kann Gott sein, der Heilige Geist kann Gott sein und alle drei zusammen sind ein Gott. Wie geht das? Natürlich, aber damit wird man vielleicht jemand, der die Trinität aufgesaugt hat, nicht überzeugen können. Dann kommt der Christ und versucht zu erklären Ja, guck mal, die Trinität ist wie Wasser. Wasser gibt es in verschiedenen Aggregatzuständen. Flüssig, fest, gasförmig. Und so gibt es Vater, Sohn, Heiliger Geist. Da sagt dann der Muslim Mir ist es schon passiert. Da kamen Muslime und haben uns geschrieben Ha, was sollen wir darauf antworten? Ich bin total verwirrt. Wofür bist du verwirrt? Erstmal ist Gott kein Wasser. Punkt 1. Das ist schon mal klar. Lässt doch mit Klischee. Nichts ist im Gleichen. Punkt 1. Zweitens, was hat er hier bewiesen? Denn wir müssen bei jeder Herangehensweise präzise sein. Präzise sein. Hat er hier bewiesen, dass Jesus Gott ist? Nein. Er hat hier nur bewiesen, dass er die Trinität erklären kann mit einem Beispiel. Es gibt einen Unterschied zwischen Erklärung und Beweis. Ich kann zum Beispiel erklären, wie ein Räuber einen Panzerschrank knackt. Das heißt aber nicht, dass ich damit bewiesen habe, dass XY diesen Panzerschrank geknackt hat. Das sind zwei unterschiedliche Sachen, wo sich einige Leute verwirren lassen. Das heißt, selbst wenn du mit tausenden Beispielen kommst, dass die Trinität möglich sein könnte, was wir klar sagen, dass es der Logik vollkommen widerspricht, das nur nebenbei, selbst wenn er das könnte, ist es kein Beweis dafür. Deswegen für mich diese Herangehensweise schließe ich sowieso von vornherein aus. Aber wir sagen dann, da kommt der Muslim und sagt, okay, kein Problem. Du sagst, die Trinität ist wie Wasser, Vater, Sohn, Heiliger Geist, Aggregatszustand, flüssig, fest, gasförmig. Dann sagen wir, okay, der Komponent von Wasser, Eis und Wasserdampf ist immer H2O. H2O, Wasserstoff, Sauerstoff. Aber in der Trinität sagt die Bibel, dass Gott und der Heilige Geist Geister sind. Und Jesus ist laut Lukas 20, Fleisch und Knochen. Also hat sich der Komponent geändert. Haben wir nicht mehr H2O? Wie in der Bibel, in dem Ding sagten wir H2O, hier hat sich der Komponent geändert, beispielsweise. Aber das meine ich nur, sind für mich leere Diskussionen. Worauf es, einen Moment bitte, worauf es wirklich ankommt, sind handfeste Beweise. Und deswegen wählen wir die textlichen Beweise. Und hier haben wir das Alte und das Neue Testament. Wir sagen, wenn Jesus Gott ist, die Bibel ist laut Christentum ein Buch, das zur Rechtleitung der Menschen herabgesandt wurde. Wenn Jesus Gott ist, dann muss dieses Konzept klar und deutlich in der Bibel vorkommen. Wenn es nicht klar und deutlich in der Bibel vorkommt, dann heißt das, Gott hat einen betrogen. Gott hat einem dies zur Rechtleitung gebracht, hat einem keine Rechtleitung, sondern Verwirrung. Dann schauen wir uns die Bibel an. Im Allentestament, laut Juden, laut Enzyklopädie Britannica, laut Enzyklopädie Amerikaner, in der Bibel. Vielen Dank.